Jetzt das Torwand schießen mit Alexander Keck aus Quickborn. Herzlich Willkommen im aktuellen Sportstudio. Der es mit folgendem Tor hier in die Sendung geschafft hat. Alex, das kannst du jetzt mal selber kommentieren. Ja, wie man sieht, von der Mittellinie. Beim Spiel, wo es 0-0 steht, in der 88. Minute. Der Kollege hat noch gerufen, schießt. Davon freut man, oder? Ja, eigentlich schon. Und auch Manuel Baum wird zum ersten Mal an die Torwand schießen. Und wir können Ihnen sagen, Ihre Spieler trauen Ihnen einiges zu. Wir hören Daniel Bayer. Ich will jetzt nicht unter Druck setzen, aber so mindestens drei Treffer dürfen drin sein. Also wenn er drei Treffer im Sportstudio macht, darf er dann am Sonntag auch freigeben. Jetzt sind Sie unter Zugzwang. Wenn Sie dreimal treffen, gibt es morgen frei. Das muss man nur überlegen. Also ich denke, dass man da eher nicht drüber reden kann. Ah, der strenge Trainer, der strenge Lehrer am Werk. Manuel Baum wird sich wahrscheinlich extra keine Mühe geben, damit er morgen nicht freigeben muss. Drei unten. Oh, da brauchen wir, glaube ich, den Videobeweis. War der drin? War der drin? Ist wieder rausgesprungen. Der ist wieder raus. Wir haben leider keine Torlinien-Technologie. Zählt der jetzt oder nicht? Zählt der oder zählt der nicht? Ja, der war klar drin. Ja, er zählt. Er zählt. Okay. So, also immerhin schon das erste Augsburger Tor des Tages von Manuel Baum. Und jetzt der Herausforderer, Alexander Keck. Und wir unterstützen natürlich hier im Studio. Jawohl, der Ausgleich. 1 zu 1. Und die Chance, in Führung zu gehen. Ah, knapp. Okay. Spannendes Duell. Zur Halbzeit steht es 1 zu 1. Und Manuel Baum muss noch dreimal treffen, damit die Mannschaft eventuell ist. Zweimal. Zweimal, genau. So. Eine Chance noch. Es steht noch 1 zu 1. Waren Sie früher eigentlich so ein moderner, mitspielender Torwart wie Manuel Neuer? Ja, doch. Oder eher der Typ Oliver Kahn? Ne, ne, ich war schon eher der mitspielende Typ. Hätte ich jetzt auch gesagt an Ihrer Stelle. Alexander Keck. Die Siegschance. Drei oben. Und jetzt die große Chance, dieses Duell für sich zu entscheiden. Nochmal richtig schön anfeuern. Ah, schade. Schade. Alex, komm her. Trotzdem einmal getroffen, nicht blamiert. Manuel Baum, herzlichen Dank für den Besuch im aktuellen Sportstudio. Manuel Baum vom FDR Augsburg. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison.